Willkommen zu T&A, wir sind da! Wir würden noch einen schönen vierten Advent wünschen. Nochmal? Haben wir schon eine letzte Idee. Und? Wir wollen heute noch die Meyersbaum aufstehen. Und dabei werden wir... Ich denke mal ein wenig, aber ich denke mal morgen. Ja, ja, ja. Wieso nicht? Ich glaube kaum, das mache ich noch. Wir werden jetzt die Nacht geküssen, damit es dann Events kommt. Ich kenn dich. Aber wir gucken heute auf jeden Fall noch Lagerfeuer. Ne, Kaminfeuer. Entschuldigung. Kaminfeuer? Nein, danke. Was? Oh, selber. Haben wir vorhin bei Netflix gefunden. Oh, geil. Auf jeden Fall gucken wir noch unsere Serien. Die neue, die Eric hier. Hm. Ah, die geht nur bis zum Fazit ein. Ja, da haben wir noch lange Zeit. Es ist mal der 23. Jetzt wollen wir es messen. Und eigentlich geht es dann schon zum 24. weiter. Ich wollte heute schon schließen. Ich wollte heute schon schließen. So war das vor dem Augenblick. Du siehst nicht so aus. Oh. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Du machst jetzt Frühstück. Es ist... Wie spät haben wir es denn überhaupt? Ich habe meine Ohren nicht unten. Es ist um 11. Eine gute Zeit zum Frühstücken. Wir waren noch bei Kaufland. Wir waren noch bei Kaufland. Nix. Du hast überall Löcher. Schmeißt das Ding weg. Ja. Nein, nicht ja. Mach es einfach. Du siehst jetzt wegschmeißen. Nein, nein, jetzt nicht. Wir waren noch mal bei Kaufland und haben uns ein paar Brötchen geholt. Und Rosenkohl. Und Rosenkohl. Rosenkohl. Und frischer Rosenkohl. Übrigens haben wir gestern... Wir hatten irgendwie keine Lust mehr. Wir hatten keine Lust, um den Weihnachtsbaum zu stellen. Jetzt haben wir keinen Weihnachtsbaum zu zeigen. Natürlich. Wir stellen ihn auch noch auf. Ja, wir stellen ihn nach dem Frühstück hoffentlich auch auf. Aber ehrlich gesagt, müssen wir noch gar nicht wohin. Wir haben heute frei. Das ist schon mal was. Die anderen nicht. Und die, die heute arbeiten müssen? Nein. Ist das schön. Nicht arbeiten. Ja. Mal gucken, was wir heute noch so schönes schaffen. Eigentlich wollte ich backen. Und dann standen wir an der Akaz und ich so... Hm, was für die Streusel denn? Beim letzten Backen sind mir die Streusel ausgegangen. Ja. Ja, toll, Schatz. Jetzt haben wir zwar alles... Hättest du was gesagt, wenn ich beim Einkaufen geholt habe? Ja, ich habe es vergessen. Ich darf nichts vergessen, ja? Nein. Danke. Ja, jedenfalls wollen wir heute uns die Weihnachtsbaum aufstellen. Wir wissen noch nicht ganz genau, wohin. Vielleicht in die Ecke. Oder an die Ecke. Wir wissen es noch nicht ganz genau. Ja, Virginia? Ach ja, ich glaube, mein kann den noch nicht geöffnet. Der wird auch nicht morgen noch zu bleiben. Ich mag ihn nicht so süß. Ja, mein Kitty. Ja. Wir genießen jetzt unser leckeres Frühstück. Mit Bacon und gekochten Eiern diesmal. Das haben wir lange nicht mehr gegessen. Ja. Und natürlich für Lichterchen. Einen schönen Ose. Ja. Machst du mir auch einen? Natürlich. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Und wir lassen uns das jetzt schmecken und sehen uns gleich wieder. So, wir sind gerade am Weihnachtsbaumschmücken. Ich habe schon die Kulern dran gemacht. Aus Versehen. Ja, aus Versehen. Ich wollte eigentlich erst die Lichterkette dran machen. Natürlich. Aber du hast ja trainiert und hast mir nicht geholfen, also es ist nicht meine Schuld. Ja. Und ich habe die Kugeln von meiner Mama dran, die sie mir letztes Jahr geschenkt hat. Und hier ist noch meine Schwester und mein Bruder. Und noch ein Bruder. Ja. So. Und ich werde jetzt endlich mal den Rest schmücken. Den Rest schmücken, was ich hier noch so drin habe. Das sind ja nur so kleine Sachen, die ich hier drin habe. Sowas wie sowas. Ja. Also nichts anderes. Ja. Meine Augen sind auf. Und was sehe ich da? Die Lichterkette, die ich dran mache. Siehst du das? Bin ich verschmiert oder was? Hast du jetzt schon mal doch verschmiert, hä? Du. Ich hab doch verschmiert. Danke. So. Machen wir mal einen kleinen Aufschmier mal. Ja, es fehlt noch das Lametta, Schatz. Hier bin ich. Schatz. Lametta fehlt. Und der Stern fehlt auch noch. Also die Spitze. Nicht der Stern. Das machst du aber schön. Du rissst mich ja nicht. Ich schlocke ja. 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 Nein. Nicht? Nein. Okay. Ja. Ja. Das wird auch nicht. Das wird auch nicht. Doch. Ja. Mach's noch kaputt. Ich mach das nicht kaputt. Ja, so. Ja. Na ja, klar. Ich weiß es nicht. Ist ja nicht schlimm. Ne. Jetzt. Okay. Jetzt kannst du mir helfen. Aber es ist locker. Ja. Ja. Was hast du hier gemacht, Schatz? Ja. Ich hatte Schlametta mit drauf gemacht. So wie du es wolltest. Ja. Aber das ist viel zu viel. Auf einer Stelle. Du hast gesagt, ich helfe dir nicht. Natürlich hörst du mir nicht. Ich muss jetzt nochmal dran. Hä? Hm. Toll. Schatz, hör auf. Dann helfe ich dir und dann hörst du nicht gut. So. Ja. Siehst du? Deshalb mach es nicht. Lass es mich selbst machen. Nein, dann weck dich doch nicht auf. So. Ist gut. Schön. Hier fehlt noch ein bisschen. Das ist gar nichts. Komm gleich hin. Na ja, wo denn? Hier. Ich bin immer noch. Hier ist nichts. Warte. Hier ist auch noch nichts. Komm mal her. Hierher. Hierher. Bist du da oder was? Ich weiß nicht. Was hat sie gerade gemacht? Hier ist einer von dem Baum. Von dem Baum. Von dem Weihnachtsbohm. Weihnachtsbohm. Buh. Buh. Hast du? Da hinten muss kein Lammelbein. Zeig die Lücke. Na, es ist doch schön. Also. Ja. Lea. Wehe. Jetzt ist es schön. Jetzt gefällt es mir. was heißt. Was? 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 Dein Ernst? Guck mal, die kamen auch so ziemlich nah dran, oder? Na gut, das reicht. Ich habe ein Geschenk für dich. Ich habe es nicht eingepackt. Es ist nichts Besonderes. Was haben wir? Ich habe es nicht eingepackt, ja? Es ist ein Portemonnaie. Ja! Zeig doch jetzt einfach mal dein Portemonnaie. Ich habe erst dein Portemonnaie gesehen. Das sieht echt scheiße aus. Und da hast du gesagt, es ist kein Echtleder. Und dann habe ich das gesehen und ich habe gefragt, ob das Echtleder ist. Dann hat sie gesagt, ja, das ist Echtleder. Aber ja, die anderen Sachen habe ich noch nicht rausgenommen. Nein, es ist kein Geld. Ich habe erst überlegt, ob ich da Geld rein mache. Aber das hat ja keinen Sinn. Wir haben das gemeinsame Konto. Tut mir leid. Und? Fressig? Oh, okay. Ja, Mensch, das ist schön. So, bei uns gibt es jetzt Abendbrot. Bei uns gibt es ganz. Es ist um neun. Warum? So spät? Weil du nicht so schnell von Oma weggekommen bist. Das heißt ja, so schnell. Ich war auch gerade nochmal bei Oma. Ach, ja. Und... Nein, einen reicht. Guck mal, wie riesig der ist. Du willst ihn doch immer so riesig haben. Ja, aber der reicht doch. Einer. Hä? Und natürlich die leckerste Soße selber. Das weißt du ja noch mal. Doch, deine Soßen schmecken immer lecker. Mhm. Egal, was es für eine Soße ist. Was ist wie immer alle? Schmecken alle lecker. Die Mehlschwitz ist natürlich wie immer alle. Immer. Und was ist wie immer alle? Immer zu Weihnachten ist... Paprikapulver. Ja, genau. Du weißt schon. Paprikapulver alle. Das ist immer auch zu Weihnachten, aber bei mir. Ähm... Ja, da müssen wir halt mal... Ich muss eigentlich... Ich müsste mal dran... Ich habe erst dran gedacht, dann habe ich gesagt... Ach komm, ich muss doch was drinnen. Ja. Ja, so. So. Was machst du? Ja, gut. Ja. Ja. Du hast jetzt angerichtet. Ja, so. Du musst jetzt mal eine andere Hand nehmen. Ja, und so deckst du es auch teilweise. Ich guck mal das nach so. Okay. So. Ist jetzt Optimismus, Oma? Ja. Heute laufen wir mal. Ja. Und mal sehen, was heute schön zu essen mit Knödel. Knödel, ja. Ja, das war's doch schon. Ja, ich weiß. Ja, wir geben jetzt was zum Winteressen. Und dann gucken. Bis zum... Kannst du gleich noch wieder mal bleiben? Oder anfangen wir auch bleiben. Mal gucken, Gide. Mal gucken, Gide. Mal gucken, Gide. Mal gucken. Mal gucken. Ja, es ist kalt. Ja, es ist kalt. Ja? Es geht schön. Bade auf der Couch. Es ist schön bei Oma. Es geht schön. Schönes zusammen. Gleich kommt mal Besuch und dann gibt's Gaffe. Meine Frösche. So, wir haben gerade Essen bestellt. Es ist heute Donnerstag. Mhm. Und wir haben uns einfach was zu essen bestellt. Ich hab mir einen Auflauf bestellt. Mit einem Salat. Und du natürlich Pizza. Ja, nicht ganz. Hä? Kaltzone. Warum ist das nur zur Hälfte? Kaltzone ist nur zusammengekloppt. Ach so, okay. Ja, das sieht sehr lecker aus, aber da sind Champignons drin und das esse ich nicht. Voll gemacht. Ja, wir lassen uns das jetzt erstmal schmecken. Ja, wir lassen uns das jetzt erstmal schmecken. Ja, wir lassen uns das jetzt erstmal schmecken. Ja, aber so für mich und für dich. Ciao. Ciao. Hallo. Hallöchen. Wir sind auf dem Weg zum Vater. Wie jedes Weihnachten. Und Nadine, die guckt und sagt, und was ist denn nicht? Unsere Musik. Und wir sind noch ein Bild, wir sind noch ein Leitsch. Und wir fahren jetzt. Wie auch sie jetzt. Was ist? Ich finde ich. Hä? Na, du bist drauf. Woll. Also, wir sind da. Sag. Ja, wo findest du hin? Na, ich hab dich schon drauf. Wie schön du wieder aussiehst, Süße. Ach so, und sonst nicht. Du bist die Schönste. Du bist immer die Schönste. Okay. So. Und jetzt gehen wir mal einen schönen Kaffee trinken. Und essen Kuchen. Okay. Das wird jetzt jeder wissen. Und. Ja. Dann vielleicht noch Abendbrot mal gucken. Da sind wir jetzt wieder draußen. Man sieht. Nichts. Nichts. Hast du? Ja, ich hab's. Und. Man sieht doch gar nicht. Nein. Nach Hause. Und du machst dann Essen. Hm. Ich mach Essen. Ja. Ich hab's. verraten. Schöne Essen. Das wissen wir. Auf jeden Fall. Schon zurück. Ja. Wir hatten uns gerade mal was geguckt. geguckt oder nur entschieden was für treffend tun ja und mein handy ist geschenkt und das zweite ist ein wichtiges geschenk das ist eigentlich so was noch ach so oben ist erst mal wieder kranken sonst gibt es eigentlich nächste woche silvester als ob wir haben jetzt nicht die wohnung gemacht war noch die meiste zeit bei oma ach so ich mache noch mal pause natürlich habe ich schon geöffnet und und ja und das könnte man vielleicht mal benutzen ja und zwar ist das ein kleines räucherfigürchen mit anleitung anleitung und dazu räucherstädchen 24 stück auch das können wir machen stückchen und räucherkatzen ja räucherkatzen ja ja wie macht man das ich habe das noch nie gemacht dann setzt man die dann hier drauf und dann naja dann machst du an wie an ja mit feuer dann räuchert das das muss ja das ding anmachen ja du musst biegst du mal hoch wie biegen das hier ja oh das hätte echt Sinn gehabt so dann jetzt löst du nicht mit deinem Handtuch raus so ja da ist noch so eine Spange so eine Tritte nein es gibt ach so die ach das ist auch eine andere ach so Entschuldigung jetzt habe ich es noch nicht gesehen du hast eine Handtuch raus ja und ich habe das nicht geschnallt ok so und dann dann machst du das an dann stürzt es noch mal drauf und dann was hä das verrennt doch ja nicht ja der Geräusch ist ja bereit hier raus du musst schon dabei bleiben ich habe mich nicht dran ja da räuchert dann doch aus du musst ja das anziehen was ist eigentlich so was das ist schon du ok und was geht es ja noch nicht guck mal da sind nee da sind keine Lecker ja auf jeden Fall machst du es dann an und der Geräusch kommt auch raus hä der sagt ach so hm so 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 ja mach das jetzt einfach an du machst es einfach an du machst es einfach an jetzt ja das war schon ja das war schon ja das war schon nur so was ist das so ein Geister vertreiben oder was einfach bloß das ist doch so ein Geister stürbst du das so drauf sicher ja ja zeig mal warte doch mal zeig ich habe es doch noch gar nicht drauf ok zeig es mir nicht zeig doch mal ob die Füße gerade sind nein du darfst doch nicht durchstricken was machst denn du ja was muss ich denn sonst machen stell das doch ja genau also nee also mit dir fang immer noch die Bude ab oh nein 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 leh doch nicht da drauf was machst denn du wo denn hin süße also das ist ein Loch jetzt ist ein Loch drin nein 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 nicht funktioniert. Ja, okay. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ihr seid nicht bei uns. Wir sind bei euch.